Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das gestrige Video, was ein Nuke-Try-Video war, wurde vom YouTube-Algorithmus dermaßen in den Arsch genudelt, dass das, glaube ich, bei niemanden Maschinen ist. Das heißt, wenn ihr das Video gestern gar nicht gesehen habt, wäre cool, wenn ihr da mal reinguckt. Mein allererster Rebirth-Nuke-Try. Es ist selten, dass ich euch wirklich so Live-Gameplay hier zeige. Lohnt sich, guckt rein. Nein, keine Ahnung, YouTube macht manchmal so Sachen und es ist immer frustrierend, weil man sitzt da, man nimmt es auf, man kommentiert es, man schneidet es zusammen, man rendert das, er gibt den Mund raus, er guckt mal wieder, man lädt es hoch, es ist alles 2, 3, 4, 5, 6 Stunden und dann sagt so YouTube, ne, mit dem Algorithmus heute nicht, heute nicht. Also, guckt mal bitte rein. Heutiges Video, Leute, ich habe übrigens, ich zeige euch einen Sneak-Pick, okay? Wir machen fair, ich zeige euch einen Sneak-Pick. Guckt mal, das wird das Thumbnail für das nächste Video sein und ich habe angefangen bisher, das Video ist noch nicht fertig aufgenommen, und ich stelle euch 3 Games vor, weil ich dachte, es ist ja mal was Cooles, mal ein bisschen rein von COD wegzukommen. Endring stelle ich euch vor, also ich werde ein bisschen darüber sprechen, das, was ich gesehen habe, weil ich es selbst gespielt habe. Dann Escape from Tarkov, das wird euch mit Sicherheit interessieren, gerade diesen Weg, den ich da vom COD-Player zu Maus und Keyboard und Tarkov gemacht habe. Und, und da müsst ihr mir bitte jetzt schon sagen, ob ihr es noch kennt, Command & Conquer, ob, äh, Red Alert, Alarmstuf O2, Generate Zero Hour. Das ist immer noch aktiv, das kann man immer noch spielen. Da gibt es jetzt eine World Series mit über 11.000 Dollar Preisgeld. Insaner Kram habe ich vor 20 Jahren angefangen. Also das im nächsten Video, Sneak-Pick. Jetzt aber geht es um die Season 5 von MP3 und ihr habt es ja mitbekommen, als wir letzte Woche, glaube ich, diese Woche darüber gesprochen haben, dass das, was im Battle Pass drin ist, äh, vergleichsweise, meine, meine, meine persönliche, eher wenig ist. Gerade wenn man so mit den ersten drei Seasons von MP3 vergleicht, wo wir richtig viele neue Karten bekommen haben und nicht nur Reskin-Karten, sondern wirklich komplette, von Entwicklern neu gemachte Karten. Und wenn man sich diese Season jetzt anguckt, ist das im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten, relativ enttäuschend. Und da habe ich mich ja schon mit euch gefragt, ob sie jetzt einfach keine, keine, keine Lust mehr haben oder sonst was. Wenn man sich dann die, die, die Roadmap sozusagen nochmal anguckt oder die Season, dann wird einem auffallen, da hatten wir kurz drüber gesprochen, ich habe es aber, ich habe es nur erwähnt, dass es mir halt aufgefallen ist, dass es sehr, sehr wenig ist. Wir haben Bait und Yard, die jetzt als 6 gegen 6 Maps rausgekommen sind und das war's. Und alles andere sind Reskin-Maps, also Saleship, also Shipment ganz normal, dann Inkhouse, was erst in der Mid-Season kommt, und eine andere Variante, Torn Oxide, die wir auch schon haben. Und ich habe mir ehrlich gesagt erst mal gar nicht so viel Gedanken darum gemacht, weil ich dachte, ja gut, wir haben keinen Bock mehr, geht zu Ende. Das ist aber anscheinend nicht alles, was dahinter steckt. Weiß jetzt, jetzt habe ich so richtig geteast und jetzt seht ihr, jetzt guckt ihr so zu und denkt jetzt erzähl halt, du Huren. Also, es gibt einige Gerüchte, unter anderem Blametruth hat darüber gesprochen, bei dem ich von der Quelle her immer ein bisschen vorsichtig bin, aber hat auch Screenshots eingeblendet mit dem Kontakt, den er angeblich hat, dass die Entwicklung von Black Ops 6, anders als wie uns das verkauft wird, durchaus noch das ein oder andere Problem hat und man seitens Xbox und Activision vor eineinhalb Seasons spätestens entschieden hat, dass man Content, der für MB3 kommen soll, es läuft ja alles auf der gleichen Engine mittlerweile, das haben wir ja vor zwei Jahren thematisiert, und auch die Maps, die jetzt in den Seasons für MB3 kommen sollen, sind ja auf derselben Engine wie Black Ops 6. Alle COD-Games in den nächsten Jahren sollen dieselbe Engine bekommen. Sie haben gesagt, das soll weniger Bugs verursachen, realistisch gesehen ist es aber so, dass wenn man alles auf dieselbe Engine packt, man alles immer wieder benutzen kann und auch Dinge, die man jetzt benutzen will, nächstes Jahr benutzen kann, ohne dass da was umgeschrieben werden muss. Und diese League-Person, mit der er da geschrieben hat, die soll wohl bei der Entwicklung irgendwie ein Teil davon sein, es gibt ja tausende Entwickler und sonst was, hat gesagt, dass Sledgehammer Games Karten abgeben muss und stattdessen Reskin-Maps erschaffen muss, damit Black Ops 6 von Anfang an ausreichend Support in Form von visuellen Karten und Update-Sachen hat. Wenn man das so überlegt, bei jedem anderen Game-Entwickler würde man sagen, ach komm, das ist doch Quatsch, die haben über drei oder fast vier Jahre Zeit gehabt, das Game zu entwickeln, die haben uns das Omni-Movement schon gezeigt, die haben jetzt eine Beta demnächst vor der Nase, die werden mit allen wichtigen Sachen fertig sein und das Einzige, was fehlt, ist da vielleicht, keine Ahnung, ein paar grafische Details, ein paar Bugs, die man ausbessert. Aber wir kennen die Roadmap von Call of Duty in den letzten Jahren. Wenn wir eins gelernt haben, dass diese Entwickler entweder zum Teil unfähig sind oder dass der Publisher, der das rausgibt, Activision, selber dermaßen alle überfordert, dass immer wieder Dinge von rechts nach links geschoben werden. Und das passt eins zu eins. Fünf Karten, die wir diese Season bekommen, wovon wir zwei neue haben, die wir schon seit vier Seasons kennen, die schon seit einer Ewigkeit fertig sind und nichts anderes Neues kommt hinzu. Und das kann man sich nicht erlauben, wenn man überlegt, wie die Spielerzahlen zwei Tage nach dem Update aussehen. Das Update ist nagelneu. Das ist die Zeit, wo alle Call of Duty spielen. Die Steam-Charts sind so ziemlich das beste Mittel, was wir haben, was aktuelle PC-Playerzahlen angeht. Konsole veröffentlichen sie halt. Keine Sachen, das ist dann immer ein bisschen ärgerlich, aber es ist einfach so. Und wenn man hier mal runter geht, wir sind nicht auf Platz 1, nicht auf Platz 3. Es ist ein Game, das Banane heißt, ist einfach beliebter als Call of Duty. Nicht auf Platz 6, nicht auf 8, nicht auf 10, nicht auf 12, nicht mal auf 14. Wir sind auf Platz 15. Zwei Tage nach einem Update. Bei solchen Spielerzahlen kreuzelt es jedem Publisher. Und man tut alles, um Games mit Content zu füttern, den wir, die Verbraucher, nutzen, inhalieren, Season Pass kaufen, Battle Pass kaufen, Skins kaufen. Aber Multiplayer wird vernachlässigt. Und wenn man sich dann auch noch die anderen Sachen anguckt, die wir eben auch in dieser Season haben, was selbst, wenn wir von ganz normalem Multiplayer weggehen, die STG ist nichts Besonderes, die Statio ebenfalls nicht. Und ansonsten haben wir Superstore, was ein 1 zu 1 Remake ist, haben wir so schon gehabt. Wir haben Superstore Resurgence, was wir auch schon gehabt haben. Wir haben Redeploy Drone Beacon als Field Upgrade, was wir so auch schon hatten. Ansonsten ein paar Cosmetics, die nichts mit der Gameentwicklung zu tun haben. Ein paar Fun-Modi, die wir jeden Modus haben oder jede Season haben. Und das Ende von Zombies, was bekannt war, dass es kommt. Was höchstwahrscheinlich von Treyarch sogar noch fertig gemacht wurde. Das ist alles. Wenn ihr ganz, ganz nüchtern betrachtet, ist das nicht mal annähernd ausreichender Content. Und die Erklärung, dass man jetzt schon Dinge, die man eigentlich jetzt bringen wollte und letzte Season bringen wollte und nächste vielleicht, jetzt schon in die Engine reingepackt hat für Treyarch, damit die damit weiterarbeiten können, damit sie rechtzeitig das Produkt herstellen können, macht für mich 100% Sinn. Und während ich euch das erkläre und meine Überzeugung davon ausdrücke, habe ich gerade gelesen, dass Stalker 2 auf den 20.11. verschoben wurde. Es wurde mal wieder verschoben. Es ist wieder um zwei Monate nach hinten geschoben. Ich werde wahnsinnig. Ich warte seit Jahren auf dieses Game. Und es wird immer und immer wieder verschoben. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass spätestens mit Black Ops 6 die für mich letzte realistische Möglichkeit ist, dass ich mein Interesse auch an reinem COD-Content auf YouTube behalte. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass sich die Umsatzeinbußen und alles andere annehmen und einfach wirklich alle anderen Games-Cover, ob Tarkov-Guides oder sonst was. Denn wenn ich mir das angucke, wie wir als COD-Spieler immer so ausgedrückt werden, wie so eine Zitrone. Und es wird seit Jahren genutzt und gemacht und getan. Hauptsache wir kaufen weiter und werden weiter in den Arsch ge... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns zum nächsten.